Ein Doktor. Ja, Doktor. Krankhaus und so. Ich sag dir privat. Danke, Leute. Alles mal zwei, Leute. Nein! Dankeschön! Deutsch zusammen. Sie hat fünf Kinder. Sie hat noch nicht mit einer Ex. Sie hat noch nie eine Ex. Warum Lux? Sie hat drei Kinder, zwei Kinder. Nein, Leute, ich verliere ihn oder was? Ich verliere dich zusammen, ja. Wie viele Minuten weit von Düsseldorf Bahnhof? Äh, 20 Minuten. Zu Fuß? Hä? Zu Fuß? Nein, fahren. Bei Fahrrad? Fahren, 20 Minuten. Ach so, bei Auto? Mhm. Okay, nicht zu weit. Nicht zu, Leute. Das ist wenig, 20 Minuten. Bei Taxi meinst du? Ja. Dankeschön. Immer ein Dankeschön. Fährst du eigentlich Fahrrad? Oder mit was fährst du? Wieso? Fährst du mit Fahrrad oder mit was fährst du? Fahrrad? Ja, ob du mit Fahrrad fährst. Ich bin sportlich. Ich jeden Tag, wenn ich zum Gym mit Fahrrad gehe. Zum Gym jeden Tag gehe ich mit Fahrrad. Das ist gut. Ja. Du machst auch Boxen, ne? Ja. Leute, restet mit aufpassen. Danke schön, Leute. Danke schön. Danke. 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 Köln bis Düsseldorf. Wie viele Minuten? Auto? So 45 Minuten. 40 Minuten? Ja. Okay. Hast du Auto? Nein. Okay. Ja. Hast du Auto? Ja. Cool. Und dann fliegst du nach Dubai? Dubai, nachdem mein Kampf. Was? Nachdem mein Kampf. Nach deinem Kampf? Und dann gehe ich mit Kapital Bra. Kommt ein Zung. Ja? Inshallah. Krass. Krass. Ja, normal. Ja, normal. Also du kannst auch singen? Natürlich. Hast du gesehen mein Rap auf TikTok? Hä? Du hast nicht gesehen mein Rap auf TikTok? Habe ich nicht gesehen. Hast du gerackt? Viel. Krass. Sehr talentiert. 33. 33. 33. Wie lange bist du in Deutschland? Oder bist du hier geboren? Ich bin in Polen geboren. Ich bin in Polen geboren. Aber ich bin hier aufgewachsen. Ach so. Aber wo bist du alleine? Nein, nein. Mit wem? Mit Eltern. Ach so. Okay. Leute, alles mal zwei Leute. Jetzt Leute! Alexa weiter. 1-1. Alexa weiter. Hast du stabile Beine, ja? Danke. Ich sehe von hier. Ja. Kannst du mal was vorrappen? Jetzt? Ja. Jetzt leider. Jetzt bin ich nicht vorbereiten. Bei Rap musst du gut vorbereiten, weißt du? Ah, okay. Ja. Vorbereiten. Aber auf Deutsch rappst du, ne? Dankeschön. Bitte? Auf Deutsch rappen, du, ne? Ja, ja. Dankeschön, Lieben. Wie groß bist du? Du hast mich schon gefragt. Ja, die Leute hier fragen. Die Neue, die kommen rein. Ach so. 1,75. Ja. Diese weiße, neue Leute, die reinkommen. Der fragt. Das wie? Ich dachte schon, du hast vergessen. Nein, ich habe nicht vergessen. Die Leute, die neu reinkommen. Ach so. 1,75. 1,75 Jahre alt. Ja, ja. Ich bin aber Samstag 19. Endlich. 1,1? Ich bin am Samstag 19. Samstag? Ja. Welcher Tag? Heute ist Mittwoch. Mittwoch. Samstag. Das kommt Erster? Oder nein? 31. Das Erster. Das Erster. Das Erster. Durch. Erster. Nein. Am 31. Wo sie... 31. Leute, das kommt Erster oder nicht? Das Durch kommt 31. Das Erster. Ja, ja. Nein. Danach ist Erster. Ach so. Okay. Nein, Leute. Nein, Leute. 2,1. Danke schön, Leute. Vielen Dank. Danke, Leute. Danke, Leute. Alle zusammen, Leute. Alle zusammen, Leute. Danke, Leute. Und du bist noch... Und dann 19. Ja. Ich bin noch 19. Und du bist... Nein, du bist äh... Nein, du bist äh... Du bist... Irgendwas mit 20, ne? Ich lege dir privat. Okay. Es gibt so meine Niere. Danke schön, Lena. Ich küsst dir nicht. Ich küsst dir nicht. Danke schön, Fatih. Danke schön, Fatih. Wie lange ist schon... Bist du live? Nicht lange. Seit halbe Stunde. Seit halbe Stunde? Mhm. Okay. Was hast du gemacht? Halbe Stunde? Nichts. Geredet. Mit wem? Mit wem? Alleine. Ach so. Ja. Okay. Und wie lange bist du schon live heute? Ich bin seit zwei Stunden. Oder drei Stunden? Wie lange bleibst du live? Die ganze Nacht, oder wie? Ich bleib in so ungefähr bis drei Uhr oder vier Uhr. Krass. Ja. Musst du morgen nicht arbeiten? Doch. Meine Arbeit... Einfach Telefon. Bei Telefon ist ich Telefonieren fertig. Krass. Ich gucke nur bei meinem Handy. Kamera ist allein in meinem Laden. Ich gucke. Wer hat nicht gearbeitet? Ahmad, Schnellarbeit. Ich kontrolliere bei meinem Handy. Kamera ist alles hier. Mein Laden. Ja. Ja. Ich nur zwei, drei Stunden schaue, wer arbeitet, wer nicht arbeitet. Schaue diese Kamera bei dem Handy. Wenn Mitarbeiter arbeiten, ich sage, kein Problem. Wieder schlafen. Wenn nicht gearbeitet und ich muss ein bisschen gehen zum Laden, oder sagen, diese Sache machen, ja. Krass. Das ist echt gut. Ja. Leute, ich sage euch Bruder. Die wollen alle, dass ich Bruder sage. Ja. Die sind einfach. Verstehst du? Gar nichts selber. Und kommen hier die ganze Nacht wegen mir nicht schlafen. Alter. Egal mit welcher Frau bin ich, die gehen da für Fitness und solche Sachen schreiben. Bis morgen. Wegen mir nicht schlafen. Das hat kein anderes zu tun. Nur dieser. Die kommen zu dir. Egal. Egal mit wem. Nicht nur du. Egal mit welcher Frau. Die sagst, bitte sagst bei Rambo, Bruder. Sagst du bitte, du hast Frau, du hast Kinder. Diese bis morgen diese Sache schreibst. Wann bin ich live? Wegen mir nicht schlafen. Ja. Glaub mir. Leute, am Ende wieder bekommst du ja. Alles zusammen, Leute. Frau. 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 Eben. Dankeschön. Dankeschön. Das muss ich mir eine andere Nähe dir schenken. Was ist Kuni? Diese Nichtlesin, diese bleidige Mensch, verstehst du? Also heißt das auf eine andere Sprache? Eine andere Sprache ist bleidig, weißt du? Ah, okay. Ein bleidiger Mensch muss im Mund sein. Leute, jetzt, jetzt, jetzt! Dankeschön! Jetzt, ich komme zu dir? Ja. Wirklich? Ja, komm! Willst du ich kommen? Ja, komm! Nein, ich meinte eins! Ja, komm! Lernst meine Eltern kennen! Lass ich gehen? Leute, gehen oder nicht? Ich gehe oder nicht, Leute? Nein. Nein, ja. Aber wo bist du alleine nicht, du? Der muss halt meine Eltern kennenlernen. Nein, was, äh, älter Leute? Aber er hat älter Leute, was? Ich gehe. Du musst dann meiner Mutter Blumen schenken, mein Vater muss auch, wie soll ich sagen, ich bin der Rambo von TikTok. Nein, Leute, ich gehe nicht. Ich höre, man. Du bist alleine, okay, ich komme, aber du bist nicht alleine, Leute. So eine Familie, alles da. Ich habe noch nie so viel mit deiner Familie. Schäm mich. Nein, Leute, ich gehe nicht. Wirklich schäm mich. Ich gehe nicht. 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 Vielen Dank.